Alles begann mit einem Traum, als ich vor sechs Jahren mein erstes Video hochgeladen habe. Es machte mir schon früh Spaß, vor der Kamera zu stehen und Leute mit meiner verrückten und humorvollen Art zu unterhalten. Ich blieb weiter dran, versuchte mich mit Musik, Vlogs und Straßenumfragen, doch irgendwie zündete es nicht, bis ich 2020 die Kurzvideos entdeckte. Es machte mir direkt mega Spaß, Sketche zu drehen und auch ihr feiertet meine verrückten Videos. Es wurden mehr Charaktere, mehr Ideen, mehr Videos und Leute, die sich für meine Inhalte interessierten. Vor fünf Jahren sollten wir in die Schule ein Bild von unserem Traum mitbringen und ich photoshoppte meinen damaligen Kanal und wurde von meiner ganzen Klasse ausgelacht. Heute ist es Wirklichkeit und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer Danke. Der kleine Leben würde wahrscheinlich vor Schock umfallen. Mein Leben hat sich durch Social Media einfach um 180 Grad gewendet und ich kann einfach das Leben leben, was ich mir schon immer gewünscht habe und kann meine kranken und verrückten Ideen umsetzen, um euch zu unterhalten. Als kleines Dankeschön möchte ich ein 5000 Euro Gewinnspiel machen, also schreibt jetzt in die Kommentare, was ich euch kaufen soll. Doch Freunde, das ist erst der Anfang eines neuen Kapitels. Schreibt in die Kommentare, wie lange ihr mich schon verfolgt. In dem Sinne, peace out, euer Leben.